Hallo Jönisschen, willkommen zur neunten Folge vom Eintracht Frankfurt AP hier im FM21. Wir stehen vor einer großen Entscheidung der ersten Saison, ihr wisst, ich habe den Drei-Jahres-Plan am Anfang in der ersten Folge rausgehauen. Im ersten Jahr wollen wir uns qualifizieren für Europa, im zweiten Jahr wollen wir da möglichst dran wachsen und im dritten Jahr irgendeinen Titel holen, europäisch, national, wie auch immer. Ja, und da sind wir jetzt bei einem entscheidenden ersten wichtigen Zwischenergebnis, denn wir stehen davor, jetzt irgendwie den Weg nach Europa zu meistern. Wir sind in der letzten Folge ausgeschieden aus dem DFB-Pokal gegen Leipzig, wir hatten viele Hoch-Runter-Sachen. Wir haben einmal richtig hoch gewonnen, dann haben wir richtig heftig verloren. Ja, leider ist das DFB-Pokal-Spiel darunter, wie auch gegen die Rivalen, die dann jetzt in der Tabelle natürlich dadurch auch verdient vor uns stehen. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, aber wenn wir mal einen Blick auf die Tabelle werfen, dann sehen wir erstmal einen sehr spannenden Kampf um die Meisterschaft zwischen Leverkusen, Dortmund und Bayern. Das ist wirklich sehr, sehr eng jetzt hier am 28. Spieltag oder nach 28 Spieltagen. Wir haben hier, ja, Leipzig gegen Wolfsburg um Platz 4, den Champions-League-Quali-Platz. Dann haben wir Mainz gegen Frankfurt, ja, Gladbach, Hoffenheim, vielleicht auch noch dazu, die hier um den 6. und 7. Platz kämpfen. Je nachdem, wie sich das mit dem DFB-Pokal dann noch ergibt, sind das ja ein oder zwei Plätze, wo es dann in die Europa League geht. Ja, und dann haben wir noch den Kampf hier um die Torjägerliste, André Silva, aktuell auf dem 4. Platz mit 21 Toren, ist aber auch nicht weit weg, wenn er sich wieder in Form schießt. Abstiegskampf, was ist da los? Werder hat sich dann tatsächlich hier lösen können. Wir haben also drei Clubs, die da hinten ganz tief im Abstiegskampf sind. Freiburg auf dem 16. Platz, Schalke auf der 17 und Bielefeld auf der 18. Uns interessiert jetzt aber genau dieses Duell hier. Wir könnten ein Riesenloch schlagen, Gladbach zurückstoßen, selber gewinnen, wäre natürlich perfekt. Kampf 7 gegen 8. Und dafür will eine Mannschaft aufgestellt werden, die sehr gut ist, und zwar die beste Frankfurt-Mannschaft, die wir hinkriegen. Deswegen hole ich zurück David Abraham hier aus der zweiten Mannschaft nach dem DFB-Pokalspiel. Ein bisschen gehässig vom Trainer was abgekriegt. Ja, gut, jetzt brauchen wir ihn aber. Und wir vertrauen ihm auch. Deswegen bringen wir ihn zurück in die Innenverteidigung. Touré kann also wieder den Rechtsverteidiger-Posten übernehmen. Hilft der Mannschaft eigentlich nur. Ja, ihr seht hier, die Moral ist so ziemlich am Boden. Das heißt, sollten wir hier irgendwie ein schweres Spiel haben, müssen wir spätestens nach dem Leverkusen-Spiel dann, ja, wobei eigentlich nach diesem Spiel, damit wir gegen Augsburg eine Chance haben, eine Krisensitzung reinhauen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Wir schauen uns das Ganze aber mal an. In Gladbach ist natürlich eine schwierige Sache. Geht raus, spielt ordentlich einen Fußball. Das wäre mir ganz lieb. Ja, es ist ein schwieriger Kampf hier für uns jetzt. Gladbach in der Favoritenrolle sogar. Und wir haben gleich die erste Halbzeit rum. 0 zu 0 wäre natürlich sehr gut. André Silva ist jetzt auch noch nicht da. Der war ja leider jetzt verletzt kurzfristig. Aber gut, dadurch fällt er zwei Spiele aus. Danach wird er dann wieder da sein. Und dann werden wir ihn auch brauchen. Kostilsch raus. Dafür kommt Yunus. Ansonsten sieht das von der Frische eigentlich gut aus. Wir bringen mal Kamada für Demir. Einfach, weil der auch mal ein paar Minuten braucht. Und dann noch die Halbzeitansprache. Lass uns so weitermachen. Da fügt sich alles zusammen. Gegen Gladbach reicht natürlich auch am Ende ein Unentschieden. Wir müssen uns nicht zwingend von den Lösen durch den Sieg. Ja, wir wollen aber doch lieber verlieren scheinbar. Ja, dann schauen wir mal, dass wir Hasebe vielleicht noch für Endika bringen können. Dass er da einfach was mitbringt oder so. Ja, 2 zu 0 für Gladbach. Das ist der leider erwartete nächste Tiefschlag. Ja, aber damit habe ich ja fast gerechnet. Und deswegen, ja, Leipzig erstmal aus dem Titelrennen raus. Das war aber eigentlich klar. Ja, deswegen müssen wir uns jetzt umso mehr anstrengen. Gladbach jetzt auch noch vorbeigezogen. Der Vorstand findet das nicht ganz so schön, ist klar. Und jetzt müssen wir einfach mal wieder gewinnen. Ich habe die Krisensitzung nochmal weggelassen, weil wir tatsächlich in Leverkusen ja nochmal ein schweres Spiel haben und die dann nichts mehr bringen würde, wenn man die zu oft nutzt. Kyo George kommt raus. Wir bringen dafür André Silva neben Buzz Dost. Unsere erfahrene Sturmkette da vorne, kann man so sagen. Keine Ahnung. Ja, dann gucken wir mal, dass wir Jed Williams, den wir da nicht brauchen, wegmachen. Und wir gehen so rein. Abraham und Ndika jetzt zusammen in der Innenverteidigung, wie eben auch. Ja, Motivationstrainer kann immer nur helfen. Jeder Spieler gewinnt einen Moralpunkt. Ja, und den werden wir hoffentlich auch brauchen. Wenn es für uns jetzt gegen Augsburg geht. 839 gegen 820. Einen Unentschieden schaffen wir heute mindestens, Leute. Tyler Adams dritte Minute, wichtig. Das kann uns schon mal Schwung mitgeben. Oder auch nicht. André Hahn mit dem Ausgleich. Und dann gehen wir mit einem 1 zu 1 zumindest in die Halbzeit. Ja, das ist jetzt nicht ganz so gut wie gehofft. Wir waren ja schon in Führung. Kaio George für Buzz Dost, einfach weil ich dem da mehr zutraue. Dann die Halbzeitansprache, lass uns mal für Aufsehen sorgen. Ja, wir müssen jetzt natürlich auch motivieren. Assistenztrainer rein. Zumindest die Stimmung und Teamworks ist ganz okay. Also eigentlich sollte das gehen. So, wir schauen mal. 70. Dann bringen wir Kamada für Demi, der eigentlich mittlerweile echt ziemlich stark ist. Toure, da können wir Erik Durm bringen. Und Yunis für Kostic, der vielleicht nicht ganz die Frische hat. Einfach nochmal irgendwas in Bewegung setzen hier für die letzten 20 Minuten. Wir bräuchten eigentlich die drei Punkte. Kriegen die aber leider nicht. Ja, wenigstens einen Punkt mitgenommen. Aber das ist halt nicht ganz das, was wir brauchen. Buzz Dost fragt nach möglichen Verstärkungen für die nächste Saison. Ich sage mal nein. Ja, denn wir werden natürlich Verstärkungen bringen. Aber die werden vor allem seine Position betreffen. Und ihn wahrscheinlich auch verdrängen. Und das möchte ich ihm jetzt nicht erzählen, bevor er hier jetzt noch nicht die Leistung gebracht hat. Zum Saisonfinale wollen wir ihn natürlich nicht unnötig verunsichern. Wir gehen rein in die Partie gegen Leverkusen. Oder in Leverkusen. Wir gehen rein mit der Doppel-6. Adams und Hasabe. Vielleicht können wir so defensiv zumindest standhalten. Wir haben das Hinspring einfach 2-0 gewonnen. Das wird hier wohl eher nicht der Fall sein. Aber irgendwie die Null halten. Punkt mitnehmen bei Leverkusen wäre sehr wichtig. Auch wenn wir Leverkusen damit im Titelrenn zumindest sehr schaden. Ja, können wir aber gar nicht. Micharanguis, Belarabi. Ja, die lassen sich da nicht wirklich in die Suppe spucken. Ne, Yunus für Kostic. Einfach um die Frische irgendwie bei Kostic dann zu halten. Kamada für Demir. Und ja, was sollen wir noch machen? Oczipka für Williams. Vielleicht. Das sind so ein paar Optionen, die wir ziehen können. Los. Jetzt zeigt es ihnen einfach nochmal irgendwie motivieren. Auch wenn ich nicht ganz dran glaube. Wir versuchen jetzt möglichst wenige Gegentore noch mitzunehmen hier aus Leverkusen. Leverkusen. Und dann sind die letzten Spiele wirklich die, die wir allesamt gewinnen sollten. Wir werden jetzt auch nochmal eine Krisensitzung einrufen, einberufen. Und dann sollte das mit Schwung gehen. Hier, Achter gegen den Sechsten, gegen Mainz. Das ist schon mal direkt das Spiel am 32. Spieltag. Das entscheidet, ob wir da vorne Ansprüche stellen können oder nicht. So, wir kommen zum Ende der ausgeliehenen Spieler. Eimann Barcock bei Freiburg. Statt der vereinbarten Ablöse von 10 bieten sie uns 7,4 an. Aber, ja gut, er sollte sowieso gehen. Und somit werden wir uns dafür entscheiden. Wobei, wir könnten fast mit Tyler Adams zusammen so eine richtig gute Doppel-ZM machen, ne? Ja, das sollte man vielleicht nochmal überlegen. Er hat drei Tore geschossen, sechs Vorlagen bei 30 Spielen. Das ist, ich weiß nicht, ja, verkaufen können wir ihn immer noch viel mehr. Da muss er nicht unbedingt nach Freiburg. Das, äh, eigentlich habe ich Barcock ja sowieso schon als verkauft angesehen. Aber warum nicht? Ganz ehrlich, der hat sich noch ein bisschen verbessert. Markus Schubert. Wir müssten jetzt selber gucken, dass wir die Spieler halten. Ja, kein Interesse. Auf gar keinen Fall. Paciencia statt der vereinbarten Ablöse von 10 bieten sie 8,4. Ja, wir brauchen ihn nicht. Nehmen wir das Geld. Dann haben wir Renov oder so von Schalke, Torhüter. Keine Verpflichtung interessiert. Damit haben wir jetzt auch einen, ja, Torwart natürlich. So brauchten wir Schubert nicht. Il-Sanka. Hannover hat heute die Option für Il-Sanka. Okay. Wahrscheinlich die Leihe um ein Jahr verlängert. Okay. Ah ne, eine Ablöse von 3,7 Millionen. Ist auch ein bisschen Geld. Können wir mitnehmen. Sie bieten eine Ablöse von 906.000. St. Pauli 2. Ja gut, sollen die den haben. Brauchen wir sowieso nicht. Weiter geht's mit Rustic. Ja, die wollen wahrscheinlich auch das Ding ziehen. Bezahlen uns 925.000. Aber der Spieler möchte zurück. Stendera möchte zurück zu uns. Okay. Aber der ist echt nicht mehr so gut, wie er früher mal war, ne? Damit gehen wir jetzt ins Rhein-Main-Derby rein. Gegen Mainz. Ja, Heimspiel. Ganz wichtige Sache. Die Krisensitzung hat nochmal ein bisschen was gebracht. Wir sind damit ein Punkt in der Mannschaftsstärke besser. Der Sieg ist heute möglich. Das ist das Heimspiel. Glaubt an euch, Leute. Dann können wir das hier packen. Gegen Mainz. 30 Minuten rum. Wir brauchen natürlich den Sieg hier selber. Ja, sonst ist das für uns nur ein verschwendeter Spieltag. Beziehungsweise einer, den wir verlieren. Vorne möchte ich fast alles so lassen. Ich würde auch allgemein eigentlich fast alles so lassen. Tyler Adams vielleicht irgendwann raus. Dann Hasebe dafür rein. Aber erst, wenn wir, wenn wir halt irgendwie ein Tor haben, ne? Dann würde es sich perfekt anbieten. Das heißt, jetzt mal was reinwerfen. Tor schießen. Wäre ja ganz schön. Ja, 60 Minuten rum. Dann muss Hasebe jetzt kommen. Hasebe aber als DM. Und das ist schon eher kritisch. Ich schaue mal, dass wir Kamada bringen für Demir, der eine 4,0 hatte. Das war jetzt bisher nicht so gut. Und vorne bringen wir nochmal Bas Dost für Kaio George. Ja, hoffen wir mal, dass es was bringt. Die letzten Minuten jetzt hier gegen Mainz. Und es endet mit einem 1,0 durch Kamada. André Silva mit der Vorlage. Kamada mit dem Tor. 1,0 gegen Mainz. Und das ist ein ganz wichtiger Sieg hier. Ganz wichtige drei Punkte, die wir aufholen. Bramsa Sturm. Das juckt mich jetzt überhaupt nicht. Sorry, Leute. Das juckt nicht. Und dann geht es nach Schalke. Und gegen Freiburg. Was halt wirklich hinten die beiden sind im Abschiedskampf. Und da könnten wir eigentlich auch nochmal sichere 6 Punkte mitnehmen, hoffentlich. Und nochmal ein wichtiges Update von der Bundesliga-Tabelle. Dortmund 3 Punkte vor Leverkusen. Jetzt 2 Spiele vom Ende. Und ja, 6 Punkte vor Bayern. Damit ist Bayern eigentlich, wenn wir uns die Tordifferenz anschauen, nochmal 21 weg. Ja, Bayern wird dieses Jahr wohl kein Meister werden. Und das ist eine Überraschung, ja. Dann haben wir Haaland. 25 Tore vor Mateta. Aber gut, Haaland hat 25 Spiele nur gemacht. Dazu hat Silver nochmal 3 mehr. Also deswegen sollte Haaland es eigentlich verdienen. Und Dortmund hat auch einfach mit diesem Angriff 95 Tore bisher. Und wenn sie jetzt 5 Tore schießen in 2 Spielen, dann haben die hier tatsächlich als KI-Gegner mal die 100 Tore geknackt. Und das ist echt richtig krass, ne. Ja. Guckt mal hier beim Team-Status. Da haben wir fast alles auf Maximum grün. Also da sind eigentlich alle soweit wieder völlig glücklich motiviert. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall den Sieg auf Schalke. Wir können unsere eigene Situation vielleicht nochmal angucken. Das ist ja vielleicht mal ein bisschen entscheidender. 48 Punkte. Und damit hat eigentlich der Sieg gegen Mainz gar nichts mehr gebracht. Ja. Es geht eigentlich nur noch darum, ob wir Gladbach überholen und dass wir vor Hoffenheim bleiben. 6 Punkte dazu. Also wir können sowieso nur noch 4. werden. Und dann müssen wir irgendwie an Gladbach vorbei. Und Punktgleich bringt uns auch nichts. Ja. Das ist jetzt nicht eine schöne Situation. Aber wir gehen rein auf Schalke. Und gewinnen das Ding hoffentlich. Ja. Geht raus. Spielt ordentlichen Fußball. Wir bräuchten die 3 Punkte trotzdem nochmal. André Silva mit dem Tor. Kaijo George nach Vorlage von André Silva. Ja. Der kämpft ja selber für sich nochmal um die Torjägerliste, um dann nach vorne zu rücken. Dann können wir Dost nochmal bringen. Einfach für Kaijo George. Ja. Vielleicht Kamada nochmal nach dem Einsatz letzte Woche. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf Gewinn das Ding. 2 zu 0 steht es ja bereits. Einfach den Schwung jetzt nochmal am Ende der Saison mitnehmen. Abraham schießt sogar auch nochmal sein Tor zur Ecke. Wahrscheinlich per Kopf dann. Abraham nochmal mit dem Eigentor. Damit man auch nichts Positives über ihm sagen kann. Bastost. 4 zu 1. Von der Tordifferenz uns zumindest nochmal absichern. Ja. Gelb wegen meckern. Das werden wir unserem Starspieler mal nicht verbieten. Und damit sind wir immer noch auf der 8. Was auch klar ist. Ja. Denn so wirklich rankommen ist er nicht. Und Gladbach hat er auch nicht verkackt. Damit also nochmal der Blick auf die Bundesliga-Tabelle. Vorne sind es drei Punkte zwischen Dortmund und Leverkusen. Ja. Also von den Punkten ist es zwar noch aufzuholen. Von der Tordifferenz. Ja. Sind doch schon mal um die 20, fast 30 Tore die die da aufholen müssten. Also ist Dortmund eigentlich ziemlich sicher Meister. Ja. Hinten Freiburg-Schalke. Wir haben Schalke jetzt nochmal so heftig besiegt. Deswegen haben die da keine Chance mehr. Drei Punkte sind es. Das heißt keine Chance. Wenn wir Freiburg genauso schlagen und Schalke dann das letzte Spiel gewinnt. Was ist denn das letzte Spiel für Schalke vielleicht in der Bundesliga? Ja. Das letzte Spiel auf Köln oder in Köln. Ja. Das kann man gewinnen. Auf jeden Fall. Köln selber nur 13. Hat nichts mehr zu gewinnen. So wirklich. Und Freiburg muss nach Frankfurt. Die Schalke eben auch 4-1 auseinander genommen haben. Also könnte gehen. Dann haben wir Silver. Der kann sich hier nochmal den zweiten Platz oder so holen. Ja. Das wäre natürlich auch gut. Und wir selbst. Nicht zu vergessen. Müssen uns gegen Hoffenheim verteidigen. Alleine schon. Dass wir nicht nur auf den neunten zurückfallen. Und der siebte Platz ist ja auch noch so eine Sache. Wir schauen uns mal den DFB-Pokal an. Denn der siebte könnte da nochmal wichtig werden. Ja. DFB-Pokal. Das ist die Union-Pokal. DFB-Pokal ist gerade aktuell das Finale Dortmund gegen Leipzig. Und wenn Dortmund das gewinnt. Dann ist klar. Dortmund ist vorne drin. Leipzig ist vorne drin. Das wird einen siebten Platz geben, Leute. Das wird einen siebten Europa-League-Platz geben. Und da ist aktuell Gladbach. Die sind ein Punkt vor uns. Das heißt, wir müssen irgendwie von den Punkten vorbei. Oder ausgleichen die Punkte. Ja. Gladbach muss nach Bremen. Also bitte, Werder, wenn ihr euch anstrengen möchtet. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Wir gehen rein in die Partie gegen den SC Freiburg. Ja. Wichtig, einfach das Ding zu gewinnen. Die maximale Punkteausbeute nochmal mitzunehmen hier im Heimspiel. Ein dicker Gelb. Bisschen gelbe Karten bei Freiburg. Eimin Barkok. Eimin Barkok. Natürliches RS. Ja. 2 zu 0 Freiburg. Und damit hat sich Frankfurt schon wieder selbst aufgegeben. Barkok. Einfach ein Tor. Eine Vorlage jetzt hier, um unsere europäischen Träume platzen zu lassen. Also den werden wir auf jeden Fall verkaufen. Dost können wir nochmal bringen für Kajo George. Einfach weil er so gut drauf ist. Und Kamada für Demir. Ja. Hoffen wir nochmal, dass das was bringt. Los, jetzt zeigt es ihn oder so. Ja. Ein Punkt zumindest, dass wir mit Gladbach punktgleich werden. Das wäre es ja nochmal. Aber so wirklich glaube ich da jetzt nicht dran. So, nochmal mehr Offensive. Aber Freiburg schlägt uns damit zumindest 1 zu 2. Also noch ganz okay eigentlich. Aber damit sieht es eigentlich schlecht aus. Ja, ich will da gar nichts zu sagen. Auf welchem Platz sind wir somit jetzt am Ende? Könnte sogar noch der 9. geworden sein. Ne, den 8. haben wir zumindest gehalten gegen Hoffenheim. Ja, schade. Gladbach schießt vorne sogar nochmal rein. Das ist krass. Gladbach vorne nochmal auf den 6. Platz geschossen. Gegenüber Mainz, die dann den 7. haben. Wie auf der 8. Ja. Gut. Dortmund also Meister. Wir gescheitert mit unserer ersten Saison. Ja, das Ziel war europäischer Wettbewerb. Dann das nächste Jahr irgendwie uns da was aufbauen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wir bauen jetzt einfach über die Bundesliga nochmal was auf. Qualifizieren uns dann sicher nächstes Jahr. Und dann vielleicht wird es besser. Also was können wir mitnehmen? Die Mannschaft hat sich im Großen und Ganzen schon, ja, eigentlich nicht viel verbessert. Aber wir haben ein paar Spieler, wo Potenzial da ist. Wenn Andres Silva so weitermacht, braucht er nur noch einen guten Stürmer neben sich. Kyle George kann in diese Position durchaus reinwachsen. So wie Demi auf jeden Fall auch in die OM-Position gewachsen ist. Rashica müsste endlich mal zur Form finden. Tyler Adams sehr gute Verstärkung. Und wir haben ja Transferbudget für nächstes Jahr. Von daher, da kommt einiges zusammen. Und ein paar Positionen müssen noch verbessert werden. Ja. Dann in der nächsten Folge seht ihr das Ganze. Und bis dahin. Tschau.